Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Candle! Ich bin heute wieder auf die Jagdmachen Ticket und heute habe ich das Spiel Disney's Guerreras Arena. Na, sag ich doch. Starten, voll mit rein und los geht es! Naja ok, erst noch warten. Warte mal, gab es bei Disney eine Beschwerde? Mal gucken, 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 Disney, Disney! Ich glaube da war nichts. Bei Disney war glaube ich nichts. Mein schlaues Heftchen, wo ich mir alles drauf schreibe, wenn ich eine Beschwerde kriege. Naja, da rede ich ja sowieso noch. Ja ok, jetzt nicht mehr. Disney, 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 X3. Ok. Kann ich also laufen lassen. Einfordern und einfordern und täglich Quest, zwölf Stück, abschneiden, fertig. Einfordern. Magische Anleitung, Charakter, aufstufen, los. Welchen Charakter? Guck mal, wieviel Charaktere ich mittlerweile schon habe. Oh shit. Alle Level 20. Ah, dann kann ich gar keinen mehr aufstufen. Kann ich keinen aufstufen? Nein! Mist! Ich brauche einen neuen Charakter, sonst komme ich nicht mehr weiter. Quest. Einfordern. 5,50 Euro. Ne, danke. Kostenlos. Kostenlos ist gut. Bam, 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 bam. Kriege ich 7,50 Euro. Ok, 4 Charaktere hierzu. Ich glaube nicht. Ich glaube das waren nur Puzzleteile. Und? Ok. Das war voll vom Glöckner von Notre Dame diese Gaggolz was ist hier? 109€? ok da ist auch noch was das sind alles Preise das ist nichts gratis da kostenlos öffnen wir springen ja fort von deinem Kalender ha keine Ahnung 150 die Mitte das ist schon mal gut hier eine Kiste umsonst da ist eine da unten auch noch eine fortfahren Video angucken das mach ich jetzt nicht ach ich mit meinem Frosch im Hals ok mit dem Shop sind wir fertig wieder eine tägliche Quest fertig was ist das nein ne Sammlung ok ersetzen wofür ich finde ich gut ausrüstet wofür brauche ich die Immoes denn Mamuchis brauche ich doch gar nicht ok dann machen wir eine Kampfstärke 600 6 dann das b das Ah, gar kein Wasser. Automatik. Dreifache Geschwindigkeit. Nice, nice. Oh, hang-offstieg. Oh, hang-offstieg. Was habe ich hier? Rein. Hercules. Hm, ne. Ich bin noch zu laut. Und hier? Und zu laut. Und da? Ach, das ist ein Shop. Ne. Kaufen möchte ich jetzt auch nichts. Da war noch was. Sogar mit einer 1. Das heißt, ich komme da weiter. Genau. Stärke 800 von. Ich habe 802. Gerade muss er eben. Automatik. Zweifache Geschwindigkeit. Drei Wellen sind das. Die erste Welle ist schon weg. Bei mir ist schon einer down. Zwei down. Drei down. Oh wei, das wird knapp. Ich denke, das verliere ich. Ich habe richtig gedacht. Na gut. Gehen wir mal zurück hier. Technische Quest. Und wieder was fertig. Einfordern. Ja. Da ist noch eine eins. Ach, das ist da eine Kampfchen drin. Den ich verloren habe. Gut, dann gehen wir auf die tägliche Quest. Und... Aufstufen geht nicht. Ein Charakter für sauberen Ausrüstung an. Ausrüstung an. Machen wir später. Schließt die Elite-Kämpfe ab. Äh, wieviel waren das? Drei? Elite-Kämpfe sind die mit den Gesichtern. Ah, hier. Ich kann ja auch mal gucken, wo ich den nächsten Charakter kriege. Ich glaube, den habe ich. Äh... Den Charakter schon. Freigeschaltet. Von Beförderung. Charakter für... Wenn nun ok. Den habe ich auf jeden Fall. Die habe ich auch. Das ist ja. Machen wir einfach mal einen Kramp. Das ist mein Captain. Der Hasen. Der Hasen. Über wieviel Wellen? Über drei Wellen geht das. Automatisch an. 3,5 Geschwindigkeit. Dann gehen wir an. Die Zeit. Jo, schön. Ah, der erste down. Also schon mal keine drei Sterne. Die 10 Minuten sind auch rum. Die 10 Minuten sind auch rum. Oh oh. Super. Boah. Gerade mal geschafft. Einen Stern natürlich. Lägliche Quest. Einfahren. Einfahren. Fortfahren. Noch zwei Elite. Ich würde sagen. Ich kämpfe noch mal gegen den. Kämpfen. Ich probiere aber mal. Mal sehen wir uns. Zueinander. Wie kriegt man die dann nochmal raus? Achso. Den kann ich gar nicht nehmen. Wie könnte... Mickey Mouse gegen... Aladin aushexeln. Mickey Mouse gegen... Aladin. Oh, jetzt bin ich schlechter geworden. Also Mickey Mouse doch stärken. Sie macht eins. Sie macht eins. Was? Was? Ja. Dann... nochmal ein Kampf. Und danach nochmal ein Kampf. Dann hab ich die Bailey fertig. Dann hab ich die Bailey fertig. Und was ist das für ein Zeichen? Was ist das für ein Zeichen? Wieso? Dann hab ich das für ein Zeichen? Okay. Okay. Zack, Zack, Zack. Oh mein Gott. Fortverlust. noch mal 781 ich brauche nur einen Charakter Buster Stone Mickey Mouse Stone Javier ist down ich weiß gar nicht wie der Hase jetzt hält, aber der ist down oh, ich habe verloren ich habe verloren nein nochmal wie das Monster heißt für ein Monster-Argeber so, leider nicht mehr auch schon wieder vergessen hmm Maria ist auch schon down fängt hier schon mal nicht gut an boah zwei Sterne oder oder ein Level 21 die ganze Zeit jippie das heißt ich kann glaube ich jetzt ich muss jetzt ja die ganze Zeit ja ich muss jetzt ich möchte da Oh, jetzt muss ich den Pfeil folgen. Okay. Dann wäre die Ausrüstung auch schon mal fertig. Aufstufeln, Ausrüstung. Aber jetzt schließe fünf Kampagnen ab. Zwei fehlen noch. Also jetzt brauchen wir auch keinen neuen Charakter. Dann muss ich jetzt mal gucken. Ist der nicht stärker jetzt? Siebenhundertundneunzig. Okay, siebenhundertunddreißig. Siebenhundertundfünfzig. Genau so stark wie Ariel. Siebenhundertundfünfzig. Siebenhundertundsechzig. Siebenhundertundsechzig. Siebenhundertundsechstensechzig. Dann zurück. Siebenhundertundsechzig. 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 Dann ist die noch so stark. Achthundertundzwei. Das ist so stark wie Bass. Aber er hat mehr Leben. Achthundertundzwei. Also das ist mein stärkstes Team. Schauen wir mal. Ich hätte die Hexe dahinter packen sollen. Naja egal. Wie ist die? Ursula ist das glaube ich? Die Hexe? Also die Hexe und die beiden hinten müssen nach vorne. Die Hexe. Fortfahren. Machen wir den hier. Kampf. Den wechseln wir mit der Hexe aus. Und den wechseln wir mit Bass aus. Und wer ist jetzt der Hase? Das ist Bass. Und das ist... Das ist... Schordi Hobbs. Das war Ursula. Äh. Isma. Ist das nicht Ursula. Stimmt Ursula war die dicke. Tastion. Tastion und Soli. Okay. Fällig Süßmüßung gleich wieder. ich jetzt packe ich das schon dahinter und am ende sind dann auch angegriffen ach mensch nein Isma ist dort Ein Quest fertig Schließt die große Kampagnenkämpfe ab Da war ich doch gerade Na super Probieren wir den gleich nochmal Also Ne Going mit von Blumen Blumen Die Wir Die 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 obwohl drei sterne das gibt drei sterne ok schließe bis ich kampagne dreimal ab ich hänge bei denen hier fest oh ich habe nur vier böse rechte dann lasse ich alle vier kämpfen die muss nach hinten schrauben wir mal drei sind ok jetzt stehe wieder gut ist Ah, wuerr. Nein, ich will nicht. Ach ja, dann löse ich Kampagne nochmal. Den haben wir doch schon. Dann machen wir bei dem weiter. So lange, bis ich alle drei Sterne habe. Ich brauche einen fünften Bösewicht. Das werde ich dann nachher nochmal so lange stimmen, bis ich den fünften Bösewicht habe. Oh, ich habe aber nichts mehr, wenn er schwit drankommt. Könnt ihr meinen fünften Bösewicht sehen? Oh. Was ist da hinten für ein blauer Trops? Ach, das ist hier Face von Dingens, ne? Vom Buzz. Toy Story. Letzter Kampf. Dann ist Daly fertig. Dann geht's zur nächsten Daly. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. jetzt krieg ich das sind 3 Sterne 3 Sterne alle leben 3 Sterne kaufe IT aus der Börse ein Item aus der Börse nochmal Hm, nochmal. Okay, okay, okay. Das alles mit Diamanten hier? Achso, da ist Geld. Geld ist doch schon viel besser. Hm, was ist das hier? Aus welcher Börse meinen die täglichen? Club? Oder Turnier? Oh, da hat Turnier, da kann ich was kaufen. Habe ich denn hier einen, den ich dann vollkriege? Nee, Mist. Was ist das hier? Da habe ich jetzt ein Tier. Ist alles gemischt. Gut. Den habe ich. Ich brauche ein Bösewicht noch. Und der ist mir auch so teuer. Gibt es hier nicht im Billigen? Oh, hier. Das war ein guter, oder? Held, ja. Da war ich denn geblieben. Oh, hier. Hier. Ah, Held. Schade. Bei dir hätte ich dann voll gehabt. Hier. Ach, Isma habe ich doch schon. So, ein Mist. Egal, wir kaufen die hier. Haben wir den nächsten Helm. Da, 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 da. Da, da, da. Und hier. Eine Beschwörung. Da, das mal schon. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Ja, da, da. Was ist der, da. Da, da, da. Da, da. Da, da. Schade,ola. Das ist, das abrabt. Das ist, äh, das. Ich hab mich nicht selber erinnert. Da, das ist das ist. Schade, glaube ich nicht das. Oh, da ist doch keine Beschwörung. Gut, das waren all die Dales, jetzt könnte ich halt noch die Videos anschauen für 3 Diamanten. Ich bin in keinem Club, habe ich mir keinen erstellt. Ich schau mal. Na, erstellen. Badakti German Beschreibung. Just for fun. Symbol. Den Finger. Ja, das schon. Kann jeder eintreten, der möchte. Erstellen. 500. Zack. Schon bin ich da. Muss ich jetzt noch was hier machen. Clubsuche. Anfrage. Freunde einladen. Nee. Oh. Cool. Für 500 Gold habe ich mir die gekauft und 200.000 bekommen. Das ist doch nice. Okay, jetzt habe ich mir doch die 3 Videos angeschaut und für jedes Video kriege ich 3 Diamanten. Nicht für eins, sondern für jedes Video. Gut. Das war's für heute. Warum sind jetzt hier so viele Punkte? Shop. Was soll ich beim Shop? Bestätigen. Überspringen. Okay. Fortfahren. Bei Shop müssen wir noch einen stellen. Oder einen. Da. Oh. Super. Die haben wir gerade gekauft. Für? Kriegt sonst noch was? Hier ist noch eine 1. Jetzt weiter PvP Kampf. War mal schnell. Kein Problem. Allerdings will ich das verlieren. Bei der war. Nee. Ach. Der hat 600. Da ist so 33% gewinne ich. Oh ne. Gewinne der so 33%. 77% gewinne ich. Kann man das so rechnen? Nee. Ich glaube nicht. Ich gewinne auf jeden Fall. Ja. Fortfahren. Schön. Da war das auffällig. Äh. Was ist das hier? Club. Okay. Registrieren. Da. Okay. Registrieren. 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 Was muss ich machen? Wow. Wo bin ich? Edelsteinschenken. Ich schenke mir Edelsteine. Scherz. So. Das war es jetzt aber wirklich. Oder? Hier steht noch eine 3. Was soll ich hier noch machen? Oh. Hier. Da läuft die 3. Kampf. Ah. Ich habe sie. Dann kann ich hier dran teilnehmen. Ich wechsle mal kurz die Beine. Ja. So sieht es besser aus. Naikämpfer vorne. Hm. Hab ich das gewendet? Eine Welle? Ähm. Nur die 5 Leute da. Dom LFC. Ähm. Nicht Dom LFC. Ähm. Dom LFC. Ja. Das gehen wir nicht. Ja. Das gehen wir nicht. Ah. Oh du sie geht nur bei 3 Sternen. Ja. turning sich auf Bad. Ja. Ah. Πär. Doppel. Ja. Vö. Ja Ja. Zwei Sterne. Na gut, das war's jetzt so. Da steht immer noch neins. Ich darf noch einmal greifen. Schnell, schnell, schnell. Da, 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 da. Da, 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 da... 3 gegen 3, wer ist da? Niemand. Ich verliere ihn. Was ist denn da jetzt los? Sind alle nur benommen und machen gar nichts. Ich verliere ihn. Boah. Das gibt es noch nicht. Jetzt will ich das automatisch weg machen. Ich werde nur gestunt von der hier. Erstmal musste ich hier weg. Ha. Verloren. Niederlagen. Jetzt ist immer nur noch eins da. Mir egal jetzt. Ich habe verloren. So. War es für heute. Beenden. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Ticket drinnen. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.